Schnauzi, bist du fertig? Dann kommst du glatt wieder zu uns. Ja? Bist du fertig? Ja, kann ich Überreste einpacken? Okay, okay, okay. Ich bin gerade hier eine Praline am Naschen. Wo habe ich den? Ich hatte die doch angeknabbert da. Ja, die sind so perfekt, die sind so lecker. Die sind so gut, ne? Bruno, nicht immer so dicht an den Schnauzi. Es kann doch mal in die Hose gehen, ne? Sei froh, dass du so groß bist. Wollen wir mal gucken, was der Schnauzi übrig gelassen hat? Hm, Pipi? Hm. 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 Simbi? Hallo Simba. Du hast alles verpasst. Ja, du hast alles verpasst. Hm? Du Schnuggi auch, der pennt lieber draußen rum, ne? Hier ist auch Anglas. Mausebettchen. Oh, ich höre schon Katzen, Katzen-Toi-Toi, ne? Da kratzt einer, muss. Hm, Dagi? Dagi geht auch raus. Ne, Püppi? Ne, Püppi ist an mir vorbeigeflitzen. Dagi kommt aus dem Töpfchen, ne? Ich habe die Brille nicht an, ne? Ja. Hm. Schnell wieder zu deinem Kartönchen, oder was, Dagi? Hm? Ja, dann müssen wir jetzt was. Puh, Katzen-Töpfchen sauber machen, ne? Hui. Du bist selig mit deinem Handtüchlein, ne? Ja. 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 Ja.